Yo, ihr Leute, das ist mein kleines Infovideo, das ich euch versprochen habe. Im Bulletin. Ähm, ja, und zwar, es geht darum, ich hab... Also ich lade ja bis öfter ein Video so hoch, ja, wie dürftet ihr eigentlich wissen. Und, ähm, ja, ich hab nicht unbedingt Lust, mir hunderttausendmal, äh, mir hunderttausendmal selbst beim Quatschen zuzuhören, äh, nachdem ich das Video heute hochgeladen hab, um zu schauen, ob das Video jetzt auch funktioniert. Und deshalb wollte ich fragen, ob einer von euch sich bereit erklären würde, meine Videos, ähm, äh, anzuschauen, bevor sie veröffentlicht würden. Also, vor Privilegien und sowas, ja, also ihr Privilegien, aber auch die Pflicht, das Video dann anzuschauen. Ähm, ja, da wollte ich fragen, ob das einer von euch machen würde. So, das war das Erste und, was, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Und zweitens, ähm, ich habe gerade eben Amnesia The Dark Decent, die Demo, gezockt. Und, äh, sagen wir's mal so, äh, ich hab an der Stelle, an der es durch diese engen Gänge da geht, wo da dieses Kettenrassel und Gestöhne kommt, hab ich aufgehört. Und, ich hab das Spiel in einem abgedunkelten, abgedunkelten Zimmer gespielt. Und, ja, ähm, sagen wir's mal so, ich hab mich beinahe nicht mehr zum Lichtschalter getraut, äh, weil ich die ganze Zeit, äh, ich hab hier an meinem Stuhl festgeklammert. Äh, ich hab irgendwann wieder so gemacht, äh, äh, scheiße, äh, fucking, äh, äh, und, ja, und es bescheidenste ist ja, äh, um zum Lichtschalter zu kommen, muss ich am Spiegel vorbei. Ja, am Spiegel. Und, vielleicht wissen es einige, aber ich hab, HÖLLE SCHECKS VERSPIEGELN! Ja, also, äh, eventuell werde ich jetzt noch einen kleinen Ausschnitt aus diesem Amnesia bringen, weil ich das aufgenommen hab, ausnahmsweise. Äh, ja, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was ich, wie es mir ungefähr ging. Ja, das war mein Infovideo, bis dann, Leute, macht's gut, ciao! Sein. Ich trau mich nicht zum Lichtschalter, fucking! Oh Gott. Oh, du Scheiße. Weg! Hier, in diesem Spiel! Oh Gott! Wir sind die Gang-Sang! Ah! 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 Fucking! Oh Gott! Das ist so kein... Oh Gott! Ah! Vielen Dank.